schönen guten tag ich möchte sie zum zehnten print day am 12 und 13 oktober einladen mein name ist war super den geschäftsführer von der 2 ähnlich wie viele anderen veranstaltungen ist unser zehnder print day der ursprünglich im april stattfand der coronakrise zum opfer gefallen haben aber frühzeitig entschieden dieser krise zu trotzen und den zehnten print day im oktober stattfinden zu lassen jede krise stellt neue herausforderungen und wird große chancen und das denken wir gilt im speziellen für die offline print offline branche für die druckbranche für die agenturbranche durch den digitalisierungsschub den die coronakrise angestoßen hat werden sich prozesse drastisch verändern die rolle und die relevanz des druckmediums wird sicherlich aufgrund des zunehmenden kostendrucks auch wiederum neu gestellt werden viele viele neue herausforderungen die antworten verlangen und deswegen haben wir uns entschieden den print day zu erweitern und diese fragestellung für die druck und agenturbranche zukunftsweis zu stellen und zu diskutieren zusammen mit der fm zusammen mit der fmp dem print digital convention mit dem schwerpunkt thema multi channel publishing und die zukunft des digitalen druckes aber es geht nicht nur um digital druck es geht um die digitalisierung der branche als solches mit großen herausforderungen und großen chancen die fmp rüdiger maas und ich wir freuen uns auf ihren besuch auf den zehnten print day um über die zukunft und die neu ausrichtung von print und publishing zu sprechen vielen dank mein name ist das war zum bau geschäftsführer von werk 2